Sportwetten 31.01.2020 Gewinn 59.840 Euro Autor deseltsamec Kenzi YouTube Nachdem der gestrige Tag sehr mager ausfiel, hat es jetzt eben richtig gekracht und es ist ein Nettogewinn von 59.840 Euro geworden bei einem Einsatz von 1024 Einsätzen Auch hier gilt wieder mal die Mischung macht's Immer aus verschiedenen Ländern die Teams zusammensuchen, die für das Ergebnis stehen könnten und dann ab in das 10er Kombi Und es ist wichtig, immer zwei Chancen zu wetten und nicht nur aus einer Liga, sondern die Mischung macht's Die Chancen zu gewinnen, sind dann wesentlich größer, wie Sie hier sehen Freitag 31.01.2020 Hertha Schalke Ganul und 2 0 0 3,40 Euro 3,40 Euro Halle Fick Köln Ganul und 2 3 zu 4 4,25 Euro 25,14 Euro 45, Regessenburg Fürth Ganul und 2 0 zu 2 3 Euro 30,47 Euro 69 Aue Bielefeld Ganul und 2 0 zu 0 3 Euro 40,162 Euro 13 Halberstadt Berliner Rack Ganul und 2 1 zu 5 1 Euro 85, 2 99,94 Euro 94 Dunkerke, Red Parais Fick Köln und 2 1 zu 1 2 Euro 90, 869 Euro 82 Kokano Boulogne Fick Köln und 2 0 zu 2 2 Euro 40, 2087 Euro 57 La Valio DFRA 0 und 2 1 zu 1 2 Euro 85, 5949 Euro 58, Patis Leir SCO 0 und 2 1 zu 1 3 Euro 30, 19.633 Euro 62 KDF Reading GBR 0 und 2 1 zu 1 3 Euro 10 60.864 Euro 23 Schräg Sprich Einsatz 2 mal 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 2 gleich 1024 Schräg Sprich Minus 1024,00 Euro 59.840 Euro 23 55.840 Euro 15.840 Euro 25.840 Euro 15.840 Euro 60.849 Euro 50.940 Euro 22.840 Euro